Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, wir haben einen kleinen Break kurz eingelegt und hoffe, ihr seid auch alle wieder zahlreich dabei und ja, laufen mal nach vorne und sehen uns einfach mal um. So. Das Unternehmen hat sich dazu entschlossen, den Bau am Mid-Island Hospiz zu beenden. Alle Bauarbeiten sind ab sofort einzustellen. Alle weiteren durchgeführten Arbeiten sind nicht von G&C Investments genehmigt und führen zur Vertragskündigung. Alle bisher beschäftigten Mitarbeiter werden bis zum Monatsende ausbezahlt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch ans Hauptbüro. Vielen Dank G&C Investments. Zu wissen. Eine Grütze. Wasser. Wasser sieht, glaube ich, anders aus. Das sieht irgendwie seltsam aus. Irgendwie so eklig. Nicht normal. Aber es ist hier gerade schon normal. Ganz ehrlich. Braine. Wie angeordnet hat das Team die Arbeiten wieder aufgenommen und mit dem Entfernen der Überreste begonnen. Während wir zunächst von nur einer Leiche ausgingen, haben wir inzwischen mehr entdeckt. Zwölf, um genau zu sein. Die Weise der Bestattung schien auf den ersten Blick zufällig erfolgt zu sein. Aber wir haben bemerkt, dass sich jemand bemüht hat, die Leichen mit dem Gesicht nach unten in die Särge zu legen. Ich habe die Überreste an einem sicheren Ort bringen lassen, damit sie keinen neuerigen Blicke ausgesetzt sind. Aber die Arbeit wird sich etwas verzögern, da ein paar Leute aus meinem Team an einer Art Fieber leiden und ins Krankenhaus mussten. Die Ärzte sagen, der Auslöser sei ein Pilz, aber die Leichen sind sauber und merkwürdig gut erhalten. Vor allem, wenn man bedenkt, wie lange sie schon hier herumliegen müssen. Man muss sich nur ihre Kleider ansehen und eine von ihnen wurde mit einer Bibel begraben. Darauf stand, für Mary, möge Gott dir gnädig sein. Ja. Ja. Wir laufen irgendwo her, wir sind wahrscheinlich so schwer, machen alles kaputt. Jetzt kommt hier dieses Wort, was wir vorhin hatten. Die Modernisierung von Mid-Island ist nach mehreren Unfällen auf dem Konstruktionsgelände, die Verletzten und Todesfälle zur Folge hatten, in den Fokus geraten. Auf Nachfrage um Stellungsnahme über die Tragödie hat Tom Miller, der Sprecher von GNC, bekannt gegeben, dass derzeit der Baugrund untersucht wird, da viele der Todesfälle durch unvorhersehbare Einstürze verursacht wurde. Ja, ja, klar. Das, äh, alles so. Oh. Oh. Über das abgesprochene Konstruktionsprojekt angesprochen, über das abgebrochene Konstruktionsprojekt angesprochen, äh, reagieren die Bewohner positiv. Die 65-jährige Gladys Stonesound meinte etwa, Seit diesem Jahr diese Männer angefangen haben, auf Crow Island ihr Unwesen zu treiben, wusste ich, dass das Ärger bedeutet. In unserer Stadt weiß jeder, dass dieser Ort nicht gestört werden darf. Gladys ist nicht die Einzige, die diese Ansicht vertritt. Auch der Verband zur Erhaltung von Crow Island hat diese Neuigkeit gefeiert. Jennifer Fleuscher, die Gründerin der Gruppe, hat angekündigt, sie wolle feiern, dass die Eindringlinge verschwunden sind. In jedem Fall können die Bewohner New Kidlings ein Ende der Tragödie auf der Insel erwarten. Hm. Wir stecken fest. Nee, doch nicht. Alles gut. Ey, auf dem Friedhof fahren wir, glaube ich, gerade, oder? Das war auf jeden Fall... Oh, aua, aua. Ja, Sarah. Alles gut. Also, kurz kann man da reingehen. Über längere Zeit sollte man schon vermeiden. Ähm. Ja. Joe, nach weiteren Grabungen im Untergeschoss des Hauptgebäudes wurden zwölf Gräber entdeckt, vorerst unbestätigt. Wir haben das Boden so nah verwendet und irgendwas ist definitiv dort unten. Die Jungs und ich haben vor, sie heute auszuheben, um sie uns anzusehen. Ich werde vorerst mit niemandem darüber reden, bis wir wissen, was es ist. Das ist vermutlich irgend so eine dämliche Indianergrabstätte. Das wird, äh, den Bau um Monate verzögern. Hoffen wir, dass es unbedeutend genug ist und wir es einfach vergessen können. Ja. Hoffen wir auch. Oh. Jetzt sehen wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das kann ich nicht mehr erkennen. Okay. Gehen wir weiter. Da war, glaube ich, nichts mehr. Ne. Gehen wir da weiter. Jetzt juckt es mich an der Nase. Jetzt stellt sich jetzt die Frage, woher kommt das Licht da drinnen. Ah, egal. Suchen und suchen. Suchen und finden. Hä? Das kennen wir doch. Das kennen wir doch. Hier waren wir schon. Mal. Vor nicht so allzu langer Zeit, würde ich sagen. Hm. Da ist nichts zu finden. Ich dachte vielleicht noch einen Hinweis oder so. Hm. Ne, hier waren wir. Da bin ich mir aber ganz, ganz sicher. Hallo, 13. Okay. Ich fürchte, Patientin 13, geboren am 7. Juli 1987 in diesem Krankenhaus, steht eine schwere Zukunft bevor. Nachdem ihre Mutter bei der Geburt verstarb, Komplikationen durch Rabiaten, Blutverlust und verschiedene Narkotika in ihrem System, taten wir alles und uns Mögliche, um Pflegeeltern für sie zu finden. Sie ist ein unvorstellbar liebes Baby und die meisten Schwestern kümmern sich besonders um sie. Kurz nach ihrer Ankunft haben wir nach Angehörigen in der Umgebung gesucht. Aber unsere Recherchen haben uns in eine interessante Richtung gelenkt. Der Name Gwyn hat offenbar eine lange und bewegte Geschichte hier. Die ältesten Berichte gehen bis zur Legende der 13 Hexen zurück. Okay. Die angeblich hier auf Mid-Island getötet wurden. Das war bestimmt diese Särge gerade. Die überlebenden Angehörigen der Familie Gwyn wurden anscheinend kurz darauf aus der Stadt vertrieben. Ich bezweifle, dass es eine Verbindung gibt, aber einige der abergläubischeren Mitarbeiter halten die Zahl 13 für keinen Zufall. 13 leidet zwar nicht an fetalem Alkoholsyndrom, aber sie wird von regelmäßig wiederkehrenden Ohnmachtsanfällen geplagt. Einige der Ärzte hier glauben, es könnte sich um Narkolepsie handeln, aber andere Symptome lassen mich daran zweifeln. 13 starrt manchmal stundenlang ins Leere. Sie verlangt nie nach Essen. Sie schwankt zwischen Überschwänglichkeit und Katantonie. Wie sollen wir ihr je ein Zuhause finden? Ihre ersten Pflegeeltern haben sie zurückgebracht, weil sie seltsames Verhalten an den Tag gelegt hat und weil Dinge in ihrem Zimmer auf unerklärliche Weise über Nacht verrückt wurden. Einige der Schwestern sagen, ihre Mutter hätte sie mit einem Fluch belegt, aber ich glaube, sie hat vor ihrem Tod nur Unsinn geredet. 13 ist ohne Zweifel etwas Besonderes. Ich wünschte, ich könnte sie selbst aufnehmen. So kurz vor unserer Schließung muss ich gestehen, dass ich dich vermissen werde, Sarah Grin. Mögest du mit Gottes Hilfe zu der Frau werden, die du sein kannst und nicht zu dem Produkt deines Erbens. Äh. Let's beginn. Weißt du, nicht wahr? Deine pote Mutter, schriegte und schriegte, als sie dich hier gebracht hat. Okay. Ich habe sie für ein Schrauben geschaut. Du gehst. Und. Du gehst. Ein Jacke her. Ja, das sind die Hexie. Du gehst. 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 Sie haben sie von dir gehalten, Sarah. Sie gehalten dich als du, selbst wenn du nicht wusstest, wer du wirklich warst. Sarah hier, wir sind bereit für dich jetzt. Okay. Wir haben einfach auch die Sprecher. Wir haben auf jeden Fall keine Kamera mehr in der Hand. Hey, das ist aber ein unangenehmes Geräusch. Da zucke ich immer so richtig. Desaster. Lauf, lauf, lauf. Lauf, jetzt sagen sie es nicht. Lauf, jetzt sagen sie es nicht. Lauf, Sauer. Lauf. Lauf. Wir haben es geschafft. Wir sind am Tageslicht. Oh mein Gott. So krass sahen wir also aus. Ja, dann haben wir es auch geschafft. Wir sind durch. Es hat, ja, es war super. Ich hatte meinen Spaß. Ich hatte meine Schocker. Ähm, ich hoffe, es hat euch auch gefallen, mir zuzuschauen. Und, ja, würde mich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare da lässt. Ja, ich bin gerade ein bisschen noch irritiert vom Ende. Aber das legt sich ganz schnell. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.